Jodli hidi hüdli ooooh Guten Tag Wir fahren jetzt als allererstes das habe ich euch in der letzten Folge nämlich versprochen zu Franklins Haus zu seinem neuen und gleich am Anfang natürlich auch wieder eine Vorstellung und zwar den Tommy XT Channel ein sehr sehr lieber Kerl er macht viel mit diesem Hashtag Community Zusammenhalt Kanalvorstellungen und Battlefield Hardline Commentary sind es glaube ich mit bestimmten Themen auch immer und seit neuestem hat er auch einen LP Kanal und den Link haue ich euch auch natürlich unten mit rein könnt ihr auch mal vorbeigucken ja und der Tommy Tommy Servus schöne Grüße ja ich weiß gar nicht den Tommy kenne ich glaube ich vom Siedler Projekt auf jeden Fall von der Haku Inu kenne ich den Tommy ja lieber Kerl lieber Kerl der mich nicht arg mitspielen lässt er lässt mich nicht arg mitspielen nein okay ich nehme ich ich nehme ich nehme die Vorstellung hier gleich wieder zurück stimmt das habe ich ganz vergessen er lässt mich nicht arg mitspielen nein du 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 dir werde ich geben lieber Tommy dir werde ich geben ja die Karre hier die habe ich mir übrigens auch geklaut die schauen wir mal ob man boah geiles Haus okay gleich mal rückwärts in die Garage fahren äh neuer Unterschlupf hier kannst du Fahrzeuge speichern indem du sie in der Garage parkst ja das hatte ich auch gerade vor bevor du mich unterbrochen hast so damit auch auch zwei Autos reinpassen so einmal gespeichert die andere Karre steht ja sowieso immer da und das Motorrad lustigerweise auch boah geil ist ja hammer hammer hart das sind noch die Umzugskartons und ein Technik-Splattenspieler sehr schön so ein Ding haben wir doch abgerissen kommt man da raus auch irgendwie ah hier boah hammer schaut euch das mal an mal die Sicht ändern so genau wow das nenne ich mal eine Aussicht noch mal eine kleine Begehung first aid kit ne saufen tun wir jetzt nicht dafür haben wir später auch noch Zeit eine Maske und alles ist noch auf Umzug hier wieso läuft denn der so komisch langsam und so da sind wir hergekommen und da hinten geht es auch noch runter ja wo geht es denn da hin wahrscheinlich zum Schlafzimmer dass es so komisch abgedeckt ist aber jetzt laufen wir mal wieder normal die Sicht gefällt mir nicht noch eins weiter raus so genau ah da geht es den Keller runter hat mehrere Etagen auch noch da darf man nicht rein das ist das geheime Sadomaso Zimmer vom Franklin ja das ist der ach der BG Badekleiderschrank ho ho schauen wir mal ob wir irgendwas haben kaputzenpullover windgrün ne die gefallen mir alle nicht Jacken Uptown Raiders das schaut so assig aus schuhe die sind cool die nehmen Turnschuhe blaues Hemd geht geht Shorts die schauen noch ganz cool aus schauen wir mal wie das rüberkommt T-Shirts ja ne das Muskel Tank Tops oh das machen wir schwarz genau so oh ja das schaut cool aus jetzt brauchen wir nur noch andere Schuhe weil jetzt passen die nicht mehr da müssen wir eigentlich die die könnten die könnten gerade noch so passen ja genau so so jetzt schauen wir auch ein bisschen mehr so aus als ob wir hier wohnen würden oh geil alter gebt euch den Swimming Pool Mann leck ist das cool boah und der ist auch noch so richtig tief das wär doch der Traum oder schaut euch das mal an alter fette geschichte Mann oh der Job hat er hingemacht und der Whirlpool und da kann man schön grillen oh yeah ich sehe schon kommen die Folge hier wird wieder ewig aber jetzt haben wir das Haus gesehen ach Job abspeichern vielleicht noch in die Bett in die Bettruben da kann man bestimmt auch rein so speichern gut nacht Franklin legt sich hin und Michael steht auf dann neuen Spielstand anlegen okay bam was eigentlich mit der Musik passiert so alles klaro Michael du bist an der Reihe und finster ist es schon wieder na logisch ah das ist ja auch perfekt aha jetzt los ist er ist er aufgewacht am Steuer oder was wir müssen sowieso jetzt zu ihm rein was hat der für komische Klamotten an naja schauen wir erstmal was die Story sagt wie man die Tür zuknallt der Frecker nein 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 Oh ja, du Arme. Nein, ich glaube, sie hat gesagt, Hormone Ring-Asswipe. Hallo Fabian, darling. Namaste, Amanda. Sind wir bereit? Ja. Oh, ja, sie ist sehr center. Ein regularer Oasis. Wie kann ich leben? Ein Problem mit Angst und Schmerzen. Ich bin so dumm. Du auch, bitte. Namaste. Wir arbeiten. Miguel, mit uns, bitte. Nein, bitte, nein. Nein, nein. Die Yoga ist für uns. Komm, komm, Miguel, komm. Oh-oh. Oh-oh. So, Fabian. Wenn du mich so glücklich und schmerzen kannst, dann wird es gut gemacht. Wir sind alle unsere eigenen Reise, Miguel. Oh-oh. 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 Was? Oh-oh, oh-oh. Oh-oh. Oh-oh-oh. Oh-oh-oh. Oh-oh, oh-oh. Oh-oh. Was? Okay. Normal. Okay. Oh man. Oh man. Oh Gott, jetzt müssen wir Yoga machen. Ich finde das gerade voll witzig. Jetzt werden wir etwas mehr kompliziertes machen. Manchmal, wenn ich diese Pose mache, webe ich unkontrollbar für Stunden. Jetzt bin ich mal gespannt. Achtungsspande. Oh wow. Du fühlst das? Die Emotionen drin? Lass es gehen. Michael, mit uns? Okay. Let's go. Okay. Okay. Wir atmen durch den Mund. Erekt. Turgid. Hold it. Stroke it. Jetzt. Du wirst. Du wirst. Du wirst. Du wirst. Du wirst. Ich werde mich fühlen. Du wirst. Ich werde mich nicht fühlen. Wir sind die Ingenständigen. Wir sind die Ingenständigen. Wir zeigen uns, Amanda. Ich glaube nicht, Michael ist mit dem. Du wirst dich überraschieren. Du wirst dich überraschieren. Plank. Plank. Chaturanga. Chatur. Ja. Ich werde mich fühlen. Ich werde dich fühlen. Alles ist vor allem in mir. Oh Gott. Wir müssen mit den Kindern sprechen, um eine Familien-Session zu haben. Deine Lungen funktionieren, oder? Michael, du Yoga-Profi. Wunderschöne, Michael. Aus mit der Wunderschöne. Fabian's Körper mit deiner Bankkampagne wäre der perfekte Mann. Wunderschöne ist quasi die wichtigste Sache, oder? Ah, ich werde verrückt. Ausatmen. Stress mich nicht. Ich denke, das ist Yoga. Ja. Du bist heute langer Weg gekommen, Michael. Ja, später wirst du wie ein Baby. Ja, richtig. Seine Chakras sind komplett blockiert. Keine Worte. Schau mir das dringend. Ich bin froh, dass wir mit deinem Impotenzieren, Michael. Was hast du gesagt? Deine Energies sexuales wurden zu lange blockiert. Zurück in meinen Palais. Zurück, zurück, zurück. Ja, da du gehst. Oh, 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 oh! Was? Hey, genug von dem! Yoga ist die Antwort, Michael. Aber was ist die Frage? Warum bin ich so ein Moron? Wir gehen und kommen nie zurück. Gut! Du bist allein, du pathetische Psychopath! Ja, hol ab! F*** dich! Händet! Boney! Frisch! F***ing Yogi! Gah! Goddamit! So, kann man den sich schnappen? Du bist noch hier? Ab rauf! Wo ist denn hier das Treppenhaus hier? James! Lass mich allein! Oh, ja! F*** dich! Das ist eine schöne TV. Kann ich dafür bezahlen? Ja, du hast den anderen, nicht wahr? Komm her, ich will für eine Reise gehen. Ich muss einen Freund treffen. Okay, also ich will ihn mit dir treffen. Komm her, ich will raus aus dem Haus. Ich gehe nicht alleine. Komm her, das ist f***ing Bullshit! M-mh, Papa sag, du kommst mit. B-mh, Papa sag, du kommst mit. Sie sind nicht meine Freunde! Sie sind die einzige Menschen, denen du zu sprechen! Ja, aber ich würde mal sagen, wie es hier weiter geht, sehen wir in der nächsten Folge. Tschüss! Bis dann! Und diese Yoga-Session, ich fühle mich schon so viel besser! Wollt ihr mir nicht glauben? Doch! Ich fühle mich viel besser! Also! Tschüss! 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 Tschüss!